Ja, 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 ist so gut. Die Zuckung, die er kriegt, ey. So, hast du noch Rüstung, oder? Also zweimal Echsenhaut könnte ich dir noch geben, sorry. Alles gut. Ich hab auch Echsenhaut, ja. Musst du nur mal herstellen. Fischi, 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 Fischi. So, combine. Was willst du denn schon wieder mit der Tablette hier? Kirstin. Oh, hier ist der Höhenangang. Ausgang, whatever. Kann's nicht sein. So, den drunten, wa? Was ist der Gruselfaktor hier reinkommt ins Spiel, ne? Nimm mal deinen Fuß aus meinem Gesicht. Heili, wie weit geht das denn runter? Habe ich dich jetzt überholt? Ja, ich wollte nicht die ganze Zeit deinen Arsch im Gesicht haben. Ja, super. Jetzt bist du in mir drin hier. So, jetzt. Ach, geh. So, so richtiges Licht wäre vielleicht schön gewesen. Na, wo kommst du mit, oder schätze oben? Ey, kriech ich hier langsam nur. Ich kann mir da alles. So, ja. Wo seid ihr? Super. Achso, ihr seid ja noch weiter runter. Ja, ich wendere mich nach ganz unten. Ich will ja nicht nur auf den Absatz. Ich komm gleich direkt muschig raus, das ist Ende. Wenn der so reagiert auf mich wie die Krokodile, dann ist ja alles gut. Dann geh ich da hin, dann mach ich ein bisschen zum Alltop, dann hol ich jetzt einer rein. Früher waren die ja total buggy, ne? Naja, die Krokodile waren ja auch buggy. Boah, wie weit geht das denn runter hier? Was soll das denn? Tja. Der ist doch nicht mehr tief. Gehen wir runter. Mann, no way. Schubbeln sich hier die Oberschenkel auf. Das sind gar nicht meine Oberschenkel. Oh, geht die mir auf den Sack. Ja, hier sind mir die. Ohne Ende. Bedient euch. Ja. Nee. Da sind solche Zettelchen hier auch noch. A dark haired person. Who is trying. What? Pack dann wieder weg. Unglaublich. Geht noch nicht ins Wasser, was stimmt ja mit dem nicht? Ja. Hier liegt ne Hand. Was war das denn? Was? Denken wir es nach wo und erfülle sie noch. Hm. Hm. Was war das? Wildsteckchen. Kloch. Und weinen. Gut. Ja. Siehst du ja. Soll mal einer sagen. Lohnt sich nicht hier rein zu gehen, ne? Voll equipped. Kannst du nur machen, wenn du die Map kennst. Was? Kannst du in die Höhle gehen? Ja. Mach mal so. Servus Zorcarius. Ja. Können wir weiter? Oder? Guck mal hier ist Sprengstoff oder sowas. So war das. Ach ne. Guck mal wie viele Snacks ich hab, Alter. Ich kann doch nicht zusnacken. Das ist jetzt ein Recorder. So wie können wir das abspielen? Kannst du nur aufnehmen. Gar nicht. Schade. Oh da ist ein Baby. Ich könnte es mit Moshi Klaus gar nicht so verkehrt liegen, ey. Ja, das wird ihn bestimmt freuen, dass du das gesagt hast. Ach ja, jetzt kriegen wir Schiss oder was? Ach Quatsch. Guck mal hier liegen noch Medix. Die kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen. Seile. Seile bin ich auch schon voll. Ich glaube hier ist noch ein Seil. Und Pillen. Kann ich alles nicht mehr aufnehmen. Alles nicht mehr. Sie sind voll bis Anschlag jetzt. Voll bis zum Anschlag sind wir. Ja. Hier geht es mal weiter runter. Ja, tacke. Mit Mama. Tacke. Schalke ist kacke. Na. Zorcarius, moin. Ja, man muss ja auch mal alles dann hier mal zeigen von The Vogels. Nicht nur den Wald. Okay. Was war das? Hier ist nix. Ach hier. Oh, hier müssen wir was sprengen. Ähm, ja. Das wär dann deine Aufgabe. Ich hab nix zum Sprengen. Ich hab nix zum Sprengen. Ich hab nix. Wird mir nur das Sprengzeichen angezeigt? Ja, dann müssen wir wahrscheinlich die Kiste mit dem Sprengstoff erst finden. Ne, wir können ja auch Sprengstoff herstellen. Hast du wo aus so das Lichtschwert her, alter? Das ist ne Fackel. Was ist das denn für ne Fackel, alter? Stöckchen und Stoff und fertig. Ich möchte auch sowas haben. Stöckchen und Stoff und fertig. Kann man hier durchknüren? Oh, Lichtschwert haben. Wow. Oh. Oh, da geht's nicht weiter. Ne, jetzt. Tote, tote Hose. Dann müssen wir wieder hochklettern. Yeah. Ja, immerhin haben wir die Team. Mal wieder das anzünden, ne. Also. Jede Feldspalte achten. Da könnte weiter gehen. Ich gucke, vielleicht finden wir hier sogar Sprengstoffe noch irgendwo. Hier geht's noch weiter bei mir. Und da kamen wir von hier. Ähm. Ist das nicht das mit den Köpfen hier? Ja, ja. Von hier sind wir gekommen. Ja, ja. Ja, ja. Hier sind wir gekommen. Hier sind wir hier rechts rum. Ich glaube, hier geht's weiter. Wahrscheinlich müssen wir tauchen. Ja, hier geht's weiter bei mir. Ja. Wo bist du denn, Alter? Mann, wo seid ihr denn wieder, ey? Hier und ihm wird da wieder rum. Der ist komplett vernagelt im Hirnöcke. Hier bin ich. Ja. Sind wir schon da. Wir wollten nur gucken, dass vom Hicken keiner kommt. Da kommt was. Muschika. Da ist irgendwas Böses, ja. Böses? Also er mit der Fackel bleibt hinten stehen. Ich mit der Funzel hier. Kann vorgehen. Ah, jetzt ist er kaputt. Die Fackel, super. Ihhh. Ich brauche noch nichts. Wo bist du? Wer greift mich hier an? Ach, da ist er Muschiklaus. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wer stimmt, wenn ich ein paar Pfeile hätte. Kann ich mal ein paar Federn haben, bitte? Ihr habt doch bestimmt Federn. Ähm, Moment. Wo ist er? Wir machen uns alle Fackeln und zünden den an. Warte, ich kann dir drei Federn geben. Eine reicht schon. Warte, ich mach mal einen Molli. Ich hab den schon eben gemacht. Hier sind Federn. Nur eine, oder wie? Es sieht schwierig aus. Ach, daneben. Och, da kommen meine Feder, Alter. Mann. Uff. Das ist mein Knüppel. Echt? Muss man da immer ins Ingentar gehen? Hau jetzt ab, du Spacko. Du Spacko. Alter, du blockst die ganze Zeit meine Schläger, Alter. Das macht keinen Sinn zu zweit. Ja, dann müssen wir weiter zurückbleiben. Oder von allen Seiten versuchen. Ich glaube, die kann man mit den Knüppeln töten. Echt? Nee, der ist los. Au, drof immer drof auf die Sau. Ich bin fast down. Ah, doch. Alter. Ja, und was gebt ihr so? Ja, ihr müsst es nach, wo geh mal bitte hin. Wohin? Vor der Weckdrop. Ich krieg eine Mutantenrüstung. Aha. Was? Da ist noch irgendwelche kleinen Putzis. Mutantenrüstung. Creepy equipped. Kann ich hier drinnen Campfire machen? Ja. Für was? Brauchst du essen, oder was? Ich brauche ein bisschen Energy. Können wir uns so einen Riegel geben, ja. Ja, ich könnte auch was zu essen machen. Bevor das wieder vergammelt? Warum rennt er denn jetzt? Was ist denn mit ihm los? Weil er zu dicht am Feuer war, der Tote hier. Sieht aber pervers aus, Iris. Müssen wir noch ein paar Muschikläuse töten. Ja. Aber geht doch. Geht doch, ja. Ich war ja auch nur down fast. Was ist denn los mit mir, sage mal? Sieht jetzt noch auf, wo das Raft ist schon wieder alles zu spät, ey. Ich war ja gerade im EF-Crafting. Halte. Da sehe ich nichts. Knochen! Ja, ich brauche auch mal ein paar Knochen. Ich gebe dir gleich. So, hier ist noch einmal Essen drin. Frühstück habe ich. Zeit Tablett, Alter. Ich habe hier nächstens eins, kann nicht jeder von sich behaupten. Nein, bräuchte ich noch. Da kann ich gleich mal ein paar Knochenpfeile machen. Schnaufer hast du noch Federn? Oder hast du immer noch kein Tablett, Alter? Ich habe kein Tablett. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Ja, dann weiter. Wenn ich das ausrüste, kannst du das dann nehmen? Nee, ne? Das Tablett? Nee, was weiß ich. Er hat da weggeschmissen sein Tablett oder was? Warte mal, ich mach erstmal eine Fackel hier. Nö, kann ich nicht nehmen. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Wahrscheinlich kann man das gar nicht wegschmeißen. Nö. Wer weiß, wie er das nur geschafft hat. Ich habe es geschafft. Können wir, oder? Ja? Ja, wir können. Do it. Den ganzen Tag Zeit? Ach ja. Da sind Kisten links. Ich denke mal, da ist Sprengstoff drin. Ja. Wo kommst du denn jetzt noch her? Komm da runter. Ja. Geh weg, du. Junge, Junge. Ja. Gar nichts drin in den Dingern. Ja. Ich glaube, die gehen in den Kisten da vielleicht was. Hm. War nicht. Hier oben ist das bestimmt nicht bei dem Kisten. Kuffa! Wo ist das denn? Generator oder was? Ah, hier können wir es steigern. Guck mal, hier ist Benzin. Ja, hier kannst du im Generator packen. Bitteschön, habe ich mitgebracht. Tag. Guck mal. Geht nicht. Nein, geht nicht. Geht nicht. Ja, vielleicht. Ach, ich denke mal, die sind nur um die den Weg zu weisen. Ah. Ja, ohne Taucherausrüstung kommen wir da nicht weit. Ja, das ist richtig. Füllt die Kettensäge wieder auf. Okay, Kettensäge brauchen wir. Die Kettensäge, ja. Jetzt nachher hast du die, ähm, Dinger hier schon geplündert, die Läpfchen? Ja, geplündert, ja. Die Zeitzender. Aber ich glaube dafür braucht man Münzen, jedenfalls was anderes, ja. Und die habe ich nicht, ne. Geht's hier jetzt noch irgendwo weiter, oder? Nö. Das müssen wir dann tauchen halt. Oder so in eine andere Höhle, die Taucher ausdrücken. Mhm. Ist noch nichts drin. Ah, hier hängen ein paar Leichen. Naja, aber so Gruselfaktor kommt nicht wirklich auf hier. Nee. Gedärme. Was kannst du nehmen? Also Brennstoff. Ja, war das hier oben vielleicht weiter? Oder war das? Naja, ich denke das wird alles gewesen sein. Ach hier, guck mal. Bloß ein Monetos. Monetos. Wo ist es? Können wir damit machen? Ja, ja. Genau. Bringstoff. Ja, mit den Coins, ja genau. Ah ja, richtig. Dann nehme ich genug. Fehlt nur noch eine Uhr. Dann könnten wir einen machen. Überbrauchen wir. Ähm. Den Rest habe ich. Von den Laptops brauchst du das da? Suicide Board, oder? Die muss doch noch irgendwo eine Uhr rumliegen. Wenn wir jetzt hier alle Zutaten gefunden haben. Wird einer eine Uhr am Handgelenk noch, oder was? Ne, ne, die liegen einfach so oben. Meistens denke ich dann mal bei den Leichen. Aus dem Flugzeug. Ja, wir haben jetzt alles hier unten gefunden. Da muss auch eine Uhr hier unten sein. Hm. Nix. Muss woanders in der Höhle sein. Da haben wir alle verstreut hier. Vielleicht haben wir die am Anfang übersehen, oder? Kann ja auch sein. Ein Stockwerk höher, oder so. Können wir dran mitmachen? Kann dazu benutzen werden an Feuer. Geht's jetzt zurück? Ja. Na, geht's zurück, gell? Ja, aber hier ist ja auch nix mehr. Hier ist nix mehr. Wir müssen eh zu. Na. Kann man hier oben nochmal gucken. Lände mal aufknappen. Ach. Nö. Ah. 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 immer stundenlang auf Leichen drauf rumkloppen kannst. Junge, Junge, echt. Mit ein bisschen Nähzeug kann ich mir da bestimmt was schönes zusammenbauen. Kannst du dir ein tausend Füßler bauen, ja. Ja. Vielleicht bei diesen beiden Jimbobs am Anfang, ey. Vielleicht dann lag da irgendwas. Die beiden Anzugträger, ne. Das kann sein. Ich bin gerade bei den Typen hier. Jetzt hat sie nichts gefunden. Geht nicht. Naja. Auf jeden Fall haben wir alles zusammen aus einer Uhr. Klingt hier im Wasser noch? Es könnte halt sein, dass hier noch einer... Weil hier ist halt eine Hand. Dass hier halt noch ein Körper im Stein ist. Schieb doch mal die... Ne. Das ist nur ein Arm. Und wenn du drauf hast... Hier, der liegt doch schon hier. Guck mal. Ich hab dich doch rausgeschoben. Bei mir nicht? Ne. Bei mir auch nicht. Nur die Hand. Schieb mal selber raus. Das ist einfach nur vorlogen. Kann ich gar nicht. Ach ja, so. Aha, okay. Und doch ein Stück. Jetzt ist seine Hand weg. Ja, jetzt ist er komplett weg. Ja, ich hab keinen... Also... Nee. Gehen wir nach oben? Na oben. Ja, müssen wir ja. Es fehlt ne Uhr. Hallo. Könnt ihr mich bitte mitnehmen? Ich hab keine Lust selber zu klettern. Zieht mich mal hoch, wenn ihr oben seid. Geht nicht. Ich steck mit meinem Kopf gerade bei Schnaufen im Arsch, weil er so langsam krabbelt. Ach, deswegen tut's da so weh. Oh, 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 ey. Wie schön. Junge. Das hier hab ich so'n Drücken. So'n Drücken in der... In der Kiste. Ich weiß nicht mehr, wo's denn lang geht. Ja, hier ist das Seil. Achso, da... Ah, hier war nix mehr. Nur wo ich guck noch mal hier. Hier ist wirklich nur ne Zwischenebene. Ich muss sagen, wo ich das damals, äh... Ist das schon etliche Jahre her beim Grund gesehen hab, war's auf jeden Fall gruseliger. So wie in den Höhlen. Ist ja gar nix los hier. Ist bestimmt hinter der, äh... Wand überwägt. Aber die Viecher sind doch irgendwie komisch, oder? Sind irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ja. Na gut, bei mir drücken sie immer ganz gut Schaden rein, aber... Nö, bei mir null. Du kriegst das... Ah, es kann gut sein, dass sie jetzt oben sind, wegen dem Dorf. Ah, ist halt hier oben. Ne? Achso, jetzt ist das dran. Wer macht nur Energie, aber... Ich müsste halt auch wieder was essen, wenn der Energie ist. Na ja, ich hab genug sind. Nö, ich hab genug sind. Ist halt anstrengend hier so die Seide hoch und runter, ne? Mhm. Mhm. Ich hab ja auch gar nicht gepreitet. Warte mal. Hopp, 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 hopp. Ach, sind wir schon draußen? Oh, lauter Echsen hier. Verdammt. Fleisch? Ich hab zweimal Fleisch draufgepackt. Aber ich hab noch einmal Fleisch Unhauren gepackt. Lauf doch nicht weg, du Kack-Sau! Ah, da ist das Tonbandgerät. Die Snickers habe ich doch keine abgekriegt. Lunch with Megan. Oh, okay. Equipped. Habe ich das getricktet? Nein. Wieso macht er denn? Was macht er noch Fleisch, wenn man es drauflegen hat? Bist du bescheuert, oder was? Schließt du mich, Alter? Nee, wollte das Walkie-Talkie hier benutzen. Benutze ich auch gleich. Ah, mit Coup. Nee, mit Coup macht er wieder weg. Communicate with friends. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Du sollst nicht essen und trinken, du Pfeiffer. Boah, das war bestimmt noch ein giftiges Zeug, ey. Ja. Ja. Ich steck's weg. Dir ist kalt und du bist nass. Wir gehen ins Feuer. Ja. Wie ist Snickers? Du siehst aber eklig aus. Nein, ich muss nicht essen oder trinken. Ich lege mal ein Arm aufs Feuer. Du siehst aber eklig aus. Was soll das denn bringen jetzt? Knochen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, wenn du eine ganze Leiche drauflegen kannst und Knochen kriegst, dann müsstest du aus Einzelteilen ja auch Knochen bekommen. Nicht essen, bitte. Wie? Du kriegst keine Knochen draus? Ja. Haben wir den Salat, ne? Hast das gute Kempfeier versaut. Kannst du nur essen? Du kannst das essen, das ist aber ekelig. Mach mal Snuffen. Nee, ich bin voll. So wie du aussiehst, kannst du das auch fressen. Ich bin voll. Ich bin voll. Hm, ich kann es nicht, ne? Hm. Hm. Mach mal Snuffen.